Das ist un-wisch-geek. Haha, ja! Armored George ist einfach unwicht. Wenigstens ist er nicht... Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's go! Das ist mein... Ich bin Pepper Woods. Das ist mein etwas anderes Intro. Hatten wir so noch nicht? Das ist un-wisch-geek. Haha, ja! Armored George ist einfach unwicht. Wenigstens ist er nicht raus, erst nur unwichtig. Ahh... Sausia! Die Sonne scheint. Es ist ein Seesertag. Was? Ich mag solche scheint-en Seestage. Die sind immer schön. Ja. Ich liebe Matsche-Pampe. Oh. Hä? Wie ich höre, gibt's hier Gras, das ich mag. Opa Wutz ist ganz schön hart unterwegs, Alter. Ja, der mag Gras. Das darf ja natürlich nicht fehlen. Hier war nicht. Ach doch, meine Oma da steht. Ja gut, okay. Okay, okay. Der Plan sieht scheiße aus. Du hältst ihn genauso blöd wie Papa Wutz, Alter. Der hält ihn auch nur falsch rum. Oh. Jeden Monat ein Video oder auch nicht. Oder auch nicht, ist gut. Okay, war aber cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin somit raus.